Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 26. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1070. Heute mit den folgenden Themen. Trello, Chipkrise mal zwei, YouTube, Annahme oder Ausnahme? Ikea-Konzept, Forza Horizon 5, X-Fold 3 5G und Onlyfans. Und ja, diese Woche ist irgendwie verrückt. Zuerst ganz viele Themen, dann keine und jetzt wieder viele. Wir machen das Beste draus. Zuallererst kommen wir zu Trello, dem Tool, mit dem man Dinge erledigen kann. Und zwar im besten Fall in einem Team. Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass man solche Tools deutlich mehr braucht, wenn man eben nicht vor Ort ist. Und somit hat man bei Trello auch ein bisschen was zusammengeschustert, um sich an kleinere Teams zu wenden. Nach wie vor ist die Grundfunktion mit eingeschränkten Möglichkeiten kostenlos möglich. Es kommt jetzt aber ein kleiner Zwischentarif dazu. 5 US-Dollar kostet dieser pro Nutzer im Monat. Wobei die grösseren dann, glaube ich, bei 9 und 19 und so weiter losgehen. Und was hat man da drin? Unbegrenzte Anzahl Boards. Klingt schon mal schön. Dann erweiterte Checklisten. Man hat benutzerdefinierte Felder und 1000 Automationsbefehle, die man ausführen kann. Man kann jetzt nämlich richtig viel automatisieren. Yippie. Dann wollen wir doch ein bisschen Trellölen. Weiter geht's mit der Chip-Krise, die ich mal zwei genannt hatte. Anscheinend schaut's aktuell so aus, als würde Apple nicht von der Chip-Krise betroffen sein. Man hat zwar immer wieder beteuert, dass dies so ist. Ist auch so bei Mac- und iPad-Geschichten. Weshalb es wahrscheinlich nur das grössere iPad Pro mit diesem neuen Mini-LED-Display ausgestattet wurde. Was aber nicht, oder so wie es ausschaut, zumindest laut Gerüchten, nicht betroffen ist. Und ja, ich rede wieder mal über Gerüchte. Soll beim iPhone 13 sein. Der Grund hier ist ein einfacher. Apple plant immer sehr, sehr weit voraus und kauft auch sehr nachhaltig und grob in die Richtung weitgehend vorab ein. Und somit sollen sie mit genügend Chips ausgelastet sein, sodass sie dann wieder mal gegen andere Konzerne im Vorteil sind. Am schwersten betroffen übrigens, wie Wave 7 Research meint, ist Samsung und OnePlus. Und ja, Samsung kommt heute nochmals genau unter anderem wegen einem solchen Thema hier in der heutigen Folge vor. Ein weiteres Teil, der zweite Teil zu der Chip-Engpass-Geschichte ist Bosch. Da gab es nämlich von einem Bosch-Manager ein Interview in der CNBC in den Staaten. Und da hat er eben darüber gesprochen, dass es ein grosses Problem sei mit dieser Chip-Krise, aber dass nicht allein das Problem sei. Zum einen findet er es sehr bedenklich, dass man immer just in time das Ganze macht. Also quasi, wenn ein Kunde ein Auto bestellt, wird es dann gebaut und zwar sollte es innerhalb kürzester Zeit sein, weil das das grosse Problem ist, dass man halt eben nicht nur von der Chip-Engpässen bedroht ist, sondern auch andere Geschichten. Man hat es vor ca. einem Jahr gesehen, wo in Japan ein Werk komplett ausgefallen ist wegen eines Feuers oder in Texas, war in diesem Februar glaube ich, wo während eines plötzlichen Wintereinbruchs auch ein Produktionsstandort von Einzelprodukten zu neuen Geräten ins Stocken geraten sind, respektive kaputt gegangen sind. Und das bringt natürlich dann eben komplette Geschichten durcheinander, wenn man gar nichts mehr an Lager hat und halt einfach darauf angewiesen ist, dass jeder der einzelnen Lieferanten auch just in time liefern kann. Da hofft er oder beharrt er auf ein Umdenken in der ganzen Branche, weil das kann nicht so weitergehen. Er meint nämlich auch, dass es nicht unbedingt eine Pandemie sein muss. Eben, all die anderen Geschichten können auch grosse Einflüsse haben. Weiter geht es mit YouTube und da kommt sie wieder mal. Die Bild-in-Bild-Funktion, die immer wieder mal da war und dann wieder ist und nicht und so weiter. Man es dann im kleinen Hack über den Browser machen konnte und so weiter und so fort wie es jetzt. Natürlich läuft das Ganze wieder mal als Test von YouTube selber. Aktuell können auf dem iPhone Premium-Nutzer wieder die Bild-in-Bild-Funktion nutzen. Dann bin ich mal gespannt, wie lange das bleibt. Weiter geht es mit einer Ausnahme. Die ist nämlich jetzt auch, und da kommen wir wieder zurück zu Bosch und den Autogeschichten, betrifft nämlich Autolieferanten. In den Staaten schaut es so aus, weder die Staaten selber, also die Regierung selber, noch Huawei hat es kommentiert. Aber da schaut es so aus, als Huawei doch wieder was liefern dürfte. Zumindest für eben solche Displays in moderne Autos, dass sie da Chips liefern können. Der Grund wird wahrscheinlich sein, dass die Geräte relativ mau sind, also nicht viel Power brauchen und somit auch die Gefahr relativ kleiner ist für das, was man Huawei beschuldigt. Und der noch viel grössere Grund wird wahrscheinlich sein, dass die amerikanische Autoindustrie einfach extrem darauf angewiesen ist und unbedingt diese neuen Dinger braucht, weil sie sonst eben, und da sind wir wieder vor, bei Bosch und der Interviewgeschichte, ihre Autos nicht produzieren können, nicht verkaufen können, Anteile verlieren und so weiter und so fort. Also ja, dann, wenn es halt dann eng wird, geht man doch wieder, in Anführungsschlusszeichen, für die Staaten aus Sicht von Trump mit dem Feind ins Bett. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht mit den ganzen Chips und ob dann plötzlich nicht Huawei doch wieder ganz viel machen darf oder nicht. Wie auch immer, ich würde es für Huawei hoffen und eigentlich für alle irgendwie. Ikea testet aktuell wieder mal ganz viel. Und nein, heute komme ich nicht mit einem komischen, lustigen Namen von Ikea daher. Es geht um Möbelhäuser und genauer gesagt um Konzepte für neue Möbelhäuser. Zwei an der Zahl ist aktuell man bei Ikea am Tessen. Eines in Shanghai, das werde ich mir nicht so schnell anschauen können. Das andere ist in Wien. Vielleicht kann das eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin hier im Podcast-Format tun und mir ein paar Bilder davon schicken. In Wien testet man nämlich aktuell ein auf fünf Stockwerke verteiltes, inklusive einem Dachcafé-Einrichtungshaus, das eigentlich nur kleine Gegenstände verkauft, direkt zum Mitnehmen. Alles, was grösser ist, kriegt der Kunde danach in den nächsten Tagen geliefert. In Shanghai ist das Ganze noch ein bisschen interessanter. Aber wie gesagt, da kann man das Ganze nicht einfach mal schnell vor Ort testen gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ikea weiss, dass in Zukunft mehr online passieren wird. Und deshalb möchte man eben schauen, wie man trotzdem noch mit Möbelhäusern fungieren kann. Einkaufen mit dem Smartphone und solche Geschichten. Ich bin da sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Wer sich da den Bootloader entsperren lässt oder ihn selber entsperrt, um ein alternatives Android, ein RAW-Android draufzumachen oder sonstige Geschichten, der verliert Möglichkeiten. Nicht nur, dass man logischerweise die Garantie verliert, man verliert auch Funktionen. Zum einen ist es die Kamera. Die funktioniert nämlich nicht mehr und damit einher auch die Gesichtserkennungsfunktion. Man kann dann auch nicht über Third-Party-Apps darauf zugreifen. Die Kamera ist wirklich völlig platt gemacht. Und das ist ein bisschen spezieller. Gleichzeitig, wenn man das Ganze macht, ist auch logisch, verliert man den Zugriff auf Nox, die Geschichte mit der Sicherheit, mit dem Tresor, den man da drauf hat. Man verliert Samsung Pay, den Secure-Folder etc. und so weiter. Interessanterweise, gewisse der Funktionen, wie zum Beispiel eben die Kamera, bleiben dauerhaft deaktiviert. Wenn ihr das Samsung Android wieder drauf spielt, kommen gewisse der Funktionen wieder zurück. Nox zum Beispiel nicht, wegen Security und solchen Geschichten, ist ja noch begreifbar. Aber die Kamera ist dann komplett tot und somit auch das Smartphone. Also, wenn ihr euch schon so ein schönes, klappendes Telefon zulegt, informiert euch bitte, bevor ihr da was Alternatives installiert. Ja, das Thema Onlyfans war in letzter Zeit immer wieder in den Medien, weil man wollte weg von diesem Schmuddel-Zeugs gehen. Jetzt anschließend doch wieder nicht. Der Grund war damals Aussage des Chefs und Gründers. Also Chef ja nicht mehr ganz, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht gehen wir in die Geek-Doc-News-Folge der Woche ein bisschen genauer ein. Der hat nämlich klargestellt, dass das Problem bei den Banken liegt, dass sie nicht mehr mit ihnen kooperieren möchten, wegen Porn- und solchen Geschichten. Ja, jetzt hat man eine andere Lösung gefunden und jetzt will man die wieder drauf lassen. Ja, schönen Marketing-Stunt, würde ich doch sagen. Apple hat TestFlight für den Mac vorgestellt und zwar in einer Beta. Wer Entwickler ist und seinen Kunden oder potenziellen Kunden die App vorab schon zum Testen übergeben möchte, der kann das jetzt unter Beta mit eingeschränkten Möglichkeiten tun. Ich freue mich drauf, ich habe nämlich viele Software auf meinem iPhone und am iPad, was ich so rüber installiert habe, weil ich eben die Betas vorab testen darf für euch Zuhörer und auch die Blog-LeserInnen etc. Jetzt kommt das auch auf den Mac, finde ich gut. Zu guter Letzt gibt es noch einen Klick-Tipp in den Shownotes auf daily.geektalk.ch. Findet ihr ein 8 Minuten langes Video von der Gamescom, welches euch Microsoft gezeigt hat. Da geht es nämlich um die ersten 8 Minuten oder so in Anführungs-Schlusszeichen ersten 8 Minuten von Forza Horizon 5. Macht es euch bequem, Sessel nach hinten, schnallt euch an und schaut euch das Video an. Auch im Podcatcher, eure Wahl, findet ihr den Link natürlich. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.